Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. Tausend Jahre Geschichte fließen durch meine Adern, zum Leben erweckt durch diese Maschinen. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt, einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaben. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdick und seinen Templer-Herren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird. Oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los! 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 Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht zehn Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Ich verspreche, ich verspreche, ich verspreche. Ich verspreche, ich verspreche, ich verspreche. Es ist ein Junge. Oh, Liebling. Es tut mir leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gebt ihn mir. Giovanni. Schuss, meine Liebe. Alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also kämpfe. Kämpfe. Du bist ein Kämpfer. Ich verspreche, ich verspreche. Als ich ein tekst und AD comme! Du bist einumpnis. Ich verspreche, ich verspreche. Dann fühle mich dran. Du bist ein Auszus. Du bist ein Kämpfer. Das Sch Ich verspreche. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020